Herzlich willkommen zu einer neuen Aktienanalyse und heute einmal wieder mit einem Erdöl- bzw. auch Erdgasunternehmen, nämlich die Devon Energy Aktie. Wir wollen uns das Ganze einmal anschauen, ob der Markt schon eingepreist hat, dass vermutlich der Preis hinsichtlich des Erdöls noch die nächsten Jahre, zumindest im Schnitt der letzten 10 Jahre, weiter zunehmen wird. Und deswegen wollen wir uns das Ganze einmal genauer anschauen. Die Aktie von Devon Energy notiert momentan bei 49 Euro, sodass das Gesamtunternehmen an der Börse für einen Wert wieder von 32 Milliarden Euro gehandelt wird. Wir sehen auch eine deutliche Zunahme der Anzahl der Aktien innerhalb der letzten 5 Jahre. Das ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass man hier im Jahre 2020 eine deutliche Akquisition betrieben hat. Und das hat man nicht nur in Form von Bargeld bezahlt, sondern in Teilen auch mit neuen Aktien, die man dort imitiert hat. Und das hat dann natürlich zu dieser deutlichen Verwässerung hier geführt. Wir sehen auch, dass nur momentan eine Dividende ausgeschüttet wird und auf den aktuellen Kurs würde das einer Rendite von 5,5% entsprechen. Der operative Geschäftsbereich sieht soweit erstmal sehr, sehr gut aus. Was hierbei muss man natürlich immer sagen, in der Sekunde, wo wir mit einem Rohstoffunternehmen zu tun haben, und Devon Energy ist vor allem ein Rohstoffunternehmen, wir können uns das gerne einmal ganz kurz hier anschauen. Hier sehen wir aus dem Jahresbericht 2022, dass der Hauptumsatz über Öl generiert worden ist. Gas und NNGs machen natürlich immer noch einen Teil aus, aber der Hauptanteil entfällt halt auf Öl. Und damit sind wir halt sehr stark, wie das wie gesagt bei vielen anderen Rohstoffunternehmen auch der Fall ist, immer stark daran gekoppelt, wie sich gerade der Preis des zu jeweiligen gründeliegenden Rohstoffs dort entwickelt. Und das können wir dann hier auch eins zu eins fast innerhalb des Umsatzes bzw. der Umsatzwachstumszahlen feststellen. Wir sehen Corona mit dem Nachlassen nach der Nachfrage nach Öl und dann mit dem Rückgang des Preises, dass wir hier auch deutliche Umsatzrückgänge feststellen konnten. Dann haben wir das Reopening und eine Erholung des Ölpreises. Hier darf man bei den 150% natürlich nicht vergessen, dass wir hier im Jahre 2020 eine Akquisition betrieben hat, die jetzt hier mit Umsätze generiert. Deswegen ist der Rebound auch so deutlich ausgefallen. Und dann durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine konnte man dann im letzten Jahr sogar den Umsatz nochmal deutlich steigern. Dort wäre ich vorsichtig so gesehen, das Ganze irgendwo jetzt noch in die Zukunft wieder noch weiterhin deutlich steigern zu lassen, weil wir jetzt auch gesehen haben, dass zumindest innerhalb der letzten Wochen und Monate der Ölpreis da deutlich stärker unter Druck geraten ist. Auch bezüglich der Gewinnmarge sehen wir, dass das irgendwo bei zwischen 23 und 30% liegt. Ich würde aber nicht ganz unbedingt diese Minuswerte vernachlässigen, weil, wie gesagt, wir sehr stark darin gekoppelt sind, wie sich die Rohstoffe entwickeln. Und somit müssen wir dann schauen, im Endeffekt, wie sich der Schnitt in den 10 Jahren nachher für unser Analyse-Tool ergibt. Und da darf man natürlich nicht komplett die Minuswerte außer Acht lassen. Bezüglich der Free Cashflow-Quote sieht das auch erstmal soweit relativ gut aus. Wir sehen hier noch ein paar Minuswerte, die wir vor Corona und innerhalb des ersten Corona-Jahres landen konnten. Die letzten Jahre war der Free Cashflow dann aber erstmal soweit relativ positiv. Und nimmt man auch noch den Gewinn aus dem letzten Jahr und setzt den hier oben ins Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis, kommen wir auf den KGV von 5,8, was soweit erstmal in einem sehr, sehr guten Bereich notiert. Hier darf man natürlich nicht vergessen, wir haben im letzten Jahr absolute Rekordgewinne einfahren können. Deswegen hat man nicht ohne Grund über eine Übergewinnsteuer in Teilen diskutiert. Und dort wäre ich vorsichtig so gesehen, das als Referenzwert zu nutzen, weil ich gehe zumindest auch stark davon aus, zumindest zeigt sich das momentan so, dass wir nicht die Höchststände aus dem Jahre 2023 erreichen. Und so gesehen im nächsten Jahr vermutlich der Gewinn wesentlich geringer ausfallen sollte als das, was wir jetzt hier im Geschäftsjahr 2022 vorliegen haben. Bezüglich der finanziellen Position sieht das aber soweit auch sehr, sehr hervorragend aus. Wir sehen zwar hier aus dem Jahre 2020 ins Jahr 2021 eine Zunahme der Nettoverschuldung. Wie gesagt, das ist darauf zurückzuführen, dass wir hier die Akquisition betrieben haben. Aber schaut man sich einfach die Nettoverschuldung der letzten Jahre an und setzt das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis zu den Gewinnen, dann kann man feststellen, dass das erstmal soweit ein sehr, sehr gesundes Verhältnis zueinander ist und das Ganze dort erstmal sehr gut notiert. Auch haben wir natürlich immer irgendwelche Sicherheiten bei der Bank hinterlegt. Also unsere Ölfelder oder ähnliches haben natürlich irgendeinen Gegenwert und das haben wir dann hier in den langfristigen Vermögenswerten verbucht. Verrechnet man jetzt Netto-Schulden mit den langfristigen Vermögenswerten, kommt man auf einen bilanziellen Buchwert, der momentan bei 11 Milliarden Euro notiert. Und das im Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis, also den 32 Milliarden Euro, kommen wir auf ein Kursbuchverhältnis von 2,9, was soweit erstmal zumindest für ein Öl- oder Rohstoffunternehmen ja nicht unbedingt ganz so niedrig notiert. Und damit sind wir auch einmal schon in unserem Analyse-Tool, wo wir wieder verschiedene Prognosen für die Zukunft durchspielen werden, um dann den fairen Wert der Aktien näher zu bestimmen. Und da wir das im letzten Jahr ein absolutes Rekordjahr erreichen konnten, würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir den Umsatz, weil das unsere Grundlage ist, mit dem unser Analyse-Tool nachher funktioniert und das Ganze berechnet wird, würde ich hier deutlich abflachen und das Ganze würde ich bei ungefähr 14 Milliarden Euro vermutlich festlegen. Hat einfach, wie gesagt, den Hintergrund in der Sekunde, wo wir mit solchen deutlich erhöhten Werten rechnen, lassen wir dann natürlich auch einen, ja, so gesehen einen deutlichen Verzug sehen, was die fairen Werte dort angeht. Auch 14 Milliarden Euro ist für mich meines Erachtens immer noch ein sehr, sehr deutlicher Wert. Der liegt immer noch 25 Prozent über dem Ausgangswert aus dem Jahre 2021. Das führt natürlich jetzt dazu, dass wir hier wesentlich, ja, zumindest in Teilen wesentlich bessere Prognosen erstellen können. Es gibt einen Punkt, der so gesehen dazu führen wird, dass meines Erachtens die nächsten Jahre auch hier immer noch relativ gute Gewinne eingefahren werden. Das haben wir schon mal im Kontext von Occidential Petroleum besprochen und das hat einfach den Hintergrund, wir sehen, dass die letzten Jahre sehr, sehr wenig im Bereich von neuen Erschließungen von Erdölfeldern oder Erneuerungen und Ähnliches durchgeführt worden sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenige Investitionen in dem Bereich gesehen, wo aber die Nachfrage die letzten Jahre, zumindest jetzt nach Corona, auch immer weiter angestiegen ist. Keiner von uns weiß im Endeffekt, wo dieser Peak sein wird, wo die Nachfrage, wie gesagt, rückläufig sein wird. Aber dadurch, dass wir jetzt halt in einem Markt tätig sind, wo die Nachfrage erstmal noch steigt, aber die letzten Jahre systematisch wenig Investitionen getätigt worden sind, führt das natürlich dazu, dass zumindest die nächsten Jahre der Ölpreis zumindest irgendwo auf einem hohen Niveau stagnieren sollte, wenn ich sogar vielleicht möglicherweise noch relativ stark ansteigen könnte. Deswegen werde ich das Ganze jetzt im konservativen Bereich bei ungefähr 2% für die nächsten 10 Jahre Wachstum einordnen, weil wie gesagt, auch mit 14 oder 15 Milliarden Euro, die wir als Grundwert eingetragen haben, sieht das für mich immer noch danach aus, als ob wir hier immer noch mit einem eigentlich deutlich erhöhten Umsatz rechnen, als wir normalerweise sollten. Deswegen werde ich die Wachstumswerte auch irgendwo zwischen 2 bis 3,5% im Best-Case-Falle einordnen. Hinsichtlich der Gewinnmarge, also wenn man sich andere Erdölfirmen anschaut, dann sind wir bei Gewinnmargen von ungefähr 12 bis 14% irgendwo dazwischen, je nachdem, wie gerade auch das Erdölunternehmen dort agiert und ähnliches. Bei dem Unternehmen wäre ich mir nicht sicher. Wir haben gesehen, die letzten Jahre lagen die Gewinnmargen irgendwo manchmal zwischen 30% und 22%. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja nicht nur den Ölpreis der eigenen Förderung, sondern wir haben halt auch noch dementsprechend hier Midstream, also heißt das ja nicht verschiffen, sondern durch Ölpipelines und ähnliches, meistens dann wahrscheinlich zu verschiffene oder zu verschickende Erdöl. und das führt natürlich dazu, dass wir hier auch einen Teil eine erhöhte Gewinnmarge haben. Trotzdem werde ich das Ganze irgendwo dazwischen einordnen, weil wir so gesehen ja auch nicht vernachlässigen dürfen, wenn wir uns die letzten 5 Jahre anschauen, dass, und da gehe ich eigentlich davon aus, dass wir sowas auch die nächsten 10 Jahre haben, halt auch mal die Jahre dazwischen haben, wo man halt einfach mal deutlichen Verluste zeichnen wird, einfach weil eine Rezession oder Pandemie oder ähnliches dazwischen kommen wird. Deswegen werde ich die Gewinnmarge jetzt ungefähr auf 18%, ich mache mal hier 19,5% und 21% einordnen. Man könnte natürlich überlegen, ob man das Ganze noch weiter nach oben korrigieren würde. Da wir hier aber unseren Hauptanteil über Erdöl generieren, würde ich das eher bei den Gewinnmargen von anderen Erdölfirmen auch ungefähr einordnen. Das deckt sich dann nämlich auch mit meiner Free Cashflow Marge, die werde ich dort auch deutlich nach unten korrigieren. Die liegt dann jetzt aber mit den 12-14% ungefähr in der Höhe der Free Cashflow Quote der letzten Jahre. Und mit dem KGV haben wir natürlich jetzt die große Qual der Wahl. Wir haben das Jahr 2033 in 10 Jahren, wo wir unsere Prognosen ja hier aufstellen. Und dann müssen wir so gesehen ja nochmal ein KGV berechnen. Sollte dort schon der Peak der Nachfrage erreicht worden sein, und wir sehen, Erdöl-Nachfrage ist seit 1, 2, 3 Jahren vielleicht schon rückläufig, wird das Ganze ja auch mit einem deutlich niedrigeren KGV gehandelt, einfach weil der Markt auch davon ausgeht, okay, es wird auch in der nächsten Zeit dann noch rückläufig sein und die Gewinne werden immer geringer und geringer der einzelnen Unternehmen. Natürlich wird man auch ohne Heizung und Ähnliches oder Autos und Ähnliches auch immer noch irgendwo Erdöl benötigen, aber das wird halt nicht mehr in dem deutlichen Umfang stattfinden. Und deswegen sind dort normalerweise die KGVs niedriger. Ich werde das Ganze jetzt mal bei 10, 12,5 und 15 einordnen. 10% bei 12,5 einordnen und 15. Das sind so gesehen ja dann unsere Standardwerte, die wir hier eintragen. Aber ich würde hier vielleicht sogar eher überlegen, ob man das Ganze nicht sogar auf 7,5 bis 12,5 abflachen würde. Und unseren Abzinsungsfaktor bzw. unsere Mindestrendite, die wir auf unsere Investments ja immer erzielen wollen, lassen wir natürlich bei 10% für die nächsten 10 Jahre. Und hierbei sehen wir dann schon, je nachdem, wo ihr eure Wachstumswerte einordnet, dass das Ganze zumindest laut Analyse-Tools nicht möglich wäre, hier eine 10%ige Rendite zu erzielen oder dass es dann in dem Falle, im Best-Case-Falle oder natürlich dann darüber hinaus möglich wäre, das Ganze dort zu erreichen. Man kann natürlich überlegen, ob man hier vorne den Umsatz, den wir deutlich abgeflacht haben, nicht auf den Grundwert bei ungefähr 17 Milliarden Euro belassen würde. Dann sieht man auch, dass sich hier in Teilen die deutlich die fairen Werte nach oben korrigieren. Aber jetzt so gesehen wirklich von einem Ausgangswert, der ein absolutes Rekordjahr dargestellt hat, nochmal jedes Jahr die nächsten 10 Jahre 3%iges Wachstum vorauszusetzen, halte ich für ein bisschen sehr, sehr gewagt, weswegen ich das Ganze auch eigentlich eher abflachen würde. Normalerweise würde ich hier einen Schnitt der letzten 5 Jahre der Umsätze nehmen und den als zugrunde liegenden Ausgangswert nutzen. Dadurch, dass wir halt eine relativ große Akquisition betrieben haben, kann man dort keinen Schnitt der letzten 5 Jahre nehmen. Auch hinsichtlich der Gewinnmarge muss ich gestehen, bin ich etwas unsicher, was das Ganze angeht. Wir haben gesehen, dass die Gewinnmarge hin und wieder auch mal deutlich darüber gelegen hat, hier mit 23 und 30%. Wir müssen natürlich irgendwo einen Schnitt der letzten 10 Jahre festmachen und bei Erdölfirmen oder nur klassischen Erdölfirmen haben wir normalerweise Gewinnmargen bei irgendwo 12 bis maximal 15%. Ja, das ist in allem erstmal, stellt das wieder keine Anlageberatung dar und ihr seid eigenverantwortlich für eure Investments und vor allem mit welchen Werten ihr hier zugrunde liegend rechnet. Meines Erachtens habe ich ein Problem mit dem Umsatz, der hier bei 17 Milliarden Euro liegt, weil wie gesagt, ich würde ungern aus einem Rekordjahr heraus den Umsatz dort nehmen, um dort noch weiteres Wachstum zu prognostizieren. Ich würde das sogar möglicherweise mit dem Umsatz aus dem Jahre 2021, das heißt, dort mit rechnen. Was das Ganze hier aber bezüglich der Gewinnmarge angeht, kann man natürlich überlegen, ob man das Ganze deutlich weiter nach oben anpassen möchte, nämlich bei 20 bis 24% hat vor allem den Hintergrund, dass wir nicht nur die Erdölförderung haben, die normalerweise, wenn man das mit anderen Firmen vergleicht, irgendwo bei einer Gewinnmarge 12 bis 15% liegen würde, sondern wir haben halt wahrscheinlich Pipelines oder ähnliches, worüber wir halt auch noch Erdölpumpen und Erdgas und ähnliches, die hier auch in Teilen zum Umsatz dazu durchführen werden. Wie hoch damit aber jetzt die Gewinnmarge wirklich nach oben korrigiert werden kann, halte ich für so ein bisschen gewagt, ob das Ganze irgendwo, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Schnitt der nächsten 10 Jahre und in der Sekunde, wo Rezession oder der Erdölpreis einfach so zwei Jahre nicht gut ist, wird das auch dazu führen, dass auch innerhalb der Pipelines-Geschäfts das Ganze irgendwo rückläufig sein wird und das kann natürlich dann dazu führen, dass zumindest für die nächsten 10 Jahre die Gewinnmarge irgendwo rückläufig sein wird. Ich für meinen Teil, wie gesagt, muss einfach sagen, ich lasse momentan einfach die Finger davon. Das Unternehmen erscheint irgendwo halbwegs attraktiv, aber mir ist die Margin of Safety einfach nicht groß genug oder den Puffer, den ich zwischen meinen Erwartungen in die Zukunft habe und dem fairen Wert, dass ich hier sagen kann, okay, ich bin hier sehr, sehr viel abgesichert, was den Bereich nach unten angeht. Ja, die Aktie erscheint momentan halbwegs günstig, aber dort ist mir einfach, wie gesagt, der Sicherheitspuffer nicht groß genug, dass ich jetzt hier sagen würde, dass ich dort ein Investment eingehe. Ja, das ist mir einfach, wie gesagt, es ist mir einfach, wie gesagt,